Tiertransporte hautnah. Der Kälberexport von Tiroler Milchbetrieben in italienische Schlachthöfe. Die beiden Kälber, Marie und Anni, waren bereits stundenlang unterwegs, als diese Aufnahmen entstanden sind. Nicht einmal 48 Stunden später waren sie tot. Getötet in einem Schlachthof in Süditalien. Unser Tierschutzteam hat ihren Weg verfolgt. Im mehrstündigen Transport geht es nach Italien. Marie und Anni werden erst um fast 4 Uhr morgens in einem Wartestall abgeladen. Ihre Odyssee hat noch kein Ende. Sie werden erneut verladen und weitere 11,5 Stunden zu einem Schlachthof südlich von Neapel in Süditalien gebracht. Marie und Anni starben in diesem Schlachthof im Mai 2023. Sie waren gerade einmal vier Wochen alt. Unterstütze unsere Petition auf vgd.at slash milch.